Die Gefühle ist nicht so eine Box, wo wir nur das Nitte rausnehmen. Wenn die Box offen ist, dann kommen alle raus, auch alte Verletzungen, alte Sachen. Und da scheinen wir Leute zu treffen in Paarbeziehungen, die genau das Richtige triggern, damit wir uns entwickeln können und heilen können. Und die Arbeit, die ist intim, wenn ich zulasse, dass mein Gegenüber das sehen darf und miterleben und spüren darf. Und dann wird man wieder geil, und zwar auf die Person. Warum ist Sex eigentlich so ein schambehaftetes Thema in unserer Gesellschaft? Mit dieser Frage habe ich heute das Gespräch mit Ann-Marleen Henning gestartet, einer Sexologin, die mehrere Bücher zum Thema Sex geschrieben hat, unter anderem Make Love, Make More Love und Liebespraxis. Und das Gespräch ist extrem spannend geworden. Auf Basis dieser Frage haben wir uns ganz vielen Tabuthemen gewidmet, wie zum Beispiel dem Thema Squirten bei Frauen, warum Frauen oft gar nicht zum Orgasmus kommen, warum Männer Scham fühlen, wenn es um das Thema Assplay geht. Also warum du vielleicht auch als Mann dir nie erlauben würdest, den Finger in den Arsch gesteckt zu kriegen. Und warum die Kirche wahrscheinlich hunderte von Jahren dafür gesorgt hat, uns als Gesellschaft zu unterdrücken. Und was das entsprechend auch mit unserer Sexualität gemacht hat. Das und noch vieles mehr wirst du heute hier erfahren. Und gleichzeitig gehen wir natürlich auch in diese Themen rein, wie zum Beispiel, was machen wir denn eigentlich, wenn wir mit unserer Partnerin oder unserem Partner keine Lust mehr verspüren. Wie öffnen wir uns wieder für sexuelle Lust, für das Begehren. Was können wir auch im Bereich Intimität machen. Und das macht diese Folge für mich persönlich nicht nur super wertvoll, sondern auch sehr, sehr spannend. Ich habe sie sehr genossen. Wir haben hier eine Frau bei uns zu Gast, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht hat, die auch offen ist und das Thema wirklich verkörpert. Deswegen wünsche ich jetzt wirklich viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Ann-Marleen-Henning. Alright, Ann. Also erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat. Megaschön, dass du hier bist. Und ich würde super gerne mit der Frage anfangen, für die Leute, die noch nie von einer Sexologin gehört haben. Was macht eine Sexologin überhaupt? Naja, da weißt du, oft, wir sagen einfach Sexualtherapeutin, dann wird es schon ein bisschen klarer. Aber es gibt eben auch viele Sexologinnen, die machen dann auch Forschung oder schreiben Bücher, beschäftigen sich anders und wissenschaftlich mit dem Thema Sex. Aber eigentlich könntest du auch sagen, eine Psychologin, ich habe ja auch Psychologie studiert, die über Sex spricht. Was nämlich nicht bei jeder Psychologin und bei jedem Psychologen der Fall ist. Also unser Thema ist Sex und okay, Liebe, Beziehung, Partnerschaft, also das ganze Programm rund um Körper und Sex. Das heißt, du arbeitest dann mit Paaren, aber auch mit einzelnen Menschen zusammen. Und was ist so das Hauptthema oder was ist so das Hauptproblem, warum Menschen zu dir kommen? Also das Ding ist ja, wenn ich jetzt zurückschaue, dann kommen die mit allen Themen in dem Bereich. Und das könnte jetzt sein, Frauen, die nicht gelernt haben, einen Orgasmus auszulösen, Frauen, die Schmerzen haben, Frauen, die keine Lust haben, Paare, die einen Kinderwunsch haben, der nicht gelungen ist. Oder bei Männern ist es oft das zu früh gekommen, also ejakulieren, bevor die soweit sind. Wollten eigentlich, nicht bevor die soweit sind, aber sie wollten nicht und spritzen ab. Oder Erektionsstörungen, auch manchmal Schmerzen beim Sex, keine Lust. Und dann die ganzen, was weiß ich, fetische Sachen, über die die Leute sich schämen. Und die neuen Sachen, ah, wir wollen die Beziehung öffnen, wir wollen polyamorös leben oder Untreue erfähren. Also das ist alles, was mir gerade so jetzt einfällt. Aber da gibt es 100 Sachen mehr, auf die ich gerade nicht komme. Und die Leute kommen drauf. Ja, genau. Ja, man macht alles, ich sag's dir. Mich überrascht nichts mehr. Ja, es ist eben spannend, weil ich kann, also, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war damals, glaube ich, zwölf, als ich meiner Mutter ständig über Sex-Themen Fragen gestellt habe. Und sie hat dann irgendwann mir zu Weihnachten ein Buch gekauft. So ein Buch, wo man Jugendlichen schenkt, ab 15, 16 wahrscheinlich. Aber ich wollte das damals schon wissen. und habe jetzt auch im Nachhinein, wenn ich so ein bisschen gucke, wie ich über das Thema spreche, wie ich über das Thema denke, ich merke, ich habe da nicht so viel Scham, wie zum Teil andere Menschen wahrscheinlich gehabt. Genau, ja. Und deswegen ist meine Frage an dich, woher kommt eigentlich dieser Scham im Kollektiv, wenn es um das Thema Sex geht? Naja, also, wenn man zurückgeht und guckt, was ist Scham, dann ist das ja was ganz Wichtiges, was wir können müssen. Weil das ist so eine soziologische Sache, so ein Gruppending. Menschen sind von Gruppen abhängig. Wenn wir weit zurückspulen, Hunderttausende von Jahren oder auch nur Hundert Jahren, also Mensch braucht die Gruppe. Weil alleine kommst du wahrscheinlich nicht klar. Und deshalb muss es eine Funktion im Hirn geben, die ausgelöst wird, immer wenn du aneckst und aus der Gruppe fällst. So, das ist gut und gesund. Weil dann merkt man, oh, ich muss mich ein bisschen einrichten, umdenken und dann kann ich in der Gruppe bleiben. So, aber jetzt gab es einfach irgendwann mit Kirche und Ehe eine, also als ein Beispiel, große Institutionen, die einen Mehrwert darin gesehen haben, Leute zu kontrollieren und Leute zu unterdrücken. Und da eignete sich Sex hervorragend. Also, dass wir das plötzlich nach strafbar machen zum Teil und jedenfalls ekelig, düster, teuflisch, was weiß ich. Und das ist nicht so lange her, dass in ein paar Jahrhunderte, also seitdem Ehe und sowas besteht, da können wir Leute sagen, ihr dürft nur mit der einen, nur mit dem einen und alles andere. Ja, was macht das? Das macht, dass wir heterosexuell werden und monogam. Weil es immer nur um Erzeugen geht. Und alles andere, ich muss dir gerade was erzählen, dass ein, ich war mal auf einer Bühne zu so einem philosophischen Salon von der Uni Hamburg und da saß ich mit der, unter anderem mit einer Pastorin, die sich mit der katholischen Kirche auskannte und sie meinte, die hat mal in so einem Pamphlet, also so eine Bekanntgebung, hat sie eine ältere, nicht die Frau, sondern das Pamphlet, da stand drin, dass wenn ein Mann Lustverspürer während des Aktes, müsse dieser unterbrochen werden. Das sei nicht in Ordnung. Wow. Also die Frau soll sowieso keine haben, die hat ja eh keine Lust. Aber wenn die Männer nicht mal dürfen, was hältst du davon? Ja, wenn es Spaß bringt, musst du aufhören. Es soll nur abgepumpt werden und ein Kind erzeugt werden. Wow. Krass, krass. Zwei Loops haben sich jetzt gerade für mich geöffnet. Ich möchte den ersten kurz auf das Thema Heterosexualität steuern. Das hat jetzt für mich gerade so geklungen von außen, als dass wir zu Heterosexualität konditioniert worden sind und wir eigentlich irgendwo alle nicht zu 100% hetero sind. Kannst du das so nochmal... Nee. Ja, genau. Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Also durch diese Sache mit der Kirche, und es ist nicht die Religion selbst, muss ich betonen. Deswegen sage ich, diese Sachen, die ich gerade angesprochen habe, die sind sozioökonomisch. Es geht darum, dass das Geld, was zum Beispiel Priester verdient haben, also die hatten einen hohen Stand, dann muss man erfinden, dass ein Priest keine Frau haben kann, weil wenn er stirbt, geht das ganze Geld an die Frau. Also geht nicht. Das Geld bleibt in der Kirche und wir behalten unsere Macht. Das sind so, das sind die Dinge. Da ist es wichtig, wenn wir sagen, Sex ist nur für Fortpflanzung, dann werden wir konditioniert, immer mit dem Gegenübergeschlecht und es gibt nur die beiden dann, mit dieser Person Sex zu haben, weil das ist dann, damit die Ökonomie und die Gesellschaft sich weiter nicht entwickelt, sondern weiter besteht. Also diese Idee, das ist ganz klar, was du sagst, Konditionierung. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit, auch mit Gender, überleg mir, Moment mal, und wie und was. Es gab schon vor tausenden Jahren ganz deutlich, war klar, es gibt nicht nur Mann und Frau. Auch im Tierreich gibt es Schwule oder, ja, also das ist, und Lesben, aber ich überlegte gerade, weil ich weiß nicht, gibt es lesbische Tiere, aber jedenfalls, es gibt das in der Tierwelt, es ist Quatsch, dass es nur diese Reinform von zwei Menschen gibt, Mann und Frau. Und ich merke förmlich, wie Leute es nicht hören wollen. Und es ist klare Biologie. Weißt du, wenn man versucht, bei Tieren, bei Mäusen oder so, da gibt es frühere Tierversuche dazu, wir versuchen jetzt, die Gene so zu manipulieren, dass es rein Mann und rein Frau wird, also weiblich-männlich, dann überleben die Nachkommen nicht oder sind krank oder können sich nicht fortpflanzen. Wir alle haben beide Gender in uns, immer. Es ist so vorgesehen und es ist nur, wie viel von dem einen oder von dem anderen oder wie sehe ich von außen aus, bin ich ein Mann, eine Frau, aber auch, als was fühle ich mich. Und wir müssen es besprechen, weil es ist nicht so, wie wir konditioniert wurden. Pass auf, du bist ein Mann und die benehmen sich so und so und du bist eine Frau und du so und so und mehr gibt es nicht. Quatsch. Spannend, spannend. Ich habe mit meiner jetzigen Partnerin auch Gespräche darüber, sie ist auch bisexuell und zwar nicht so trendy, wie viele Frauen heute, wo sie ein bisschen so andere Frauen küssen und ein bisschen ausprobieren, sondern sie ist wirklich genauso lesbisch. Ach, sie ist ah. Aber sie hat mir dann trotzdem gesagt, schau mal, Mischa, ich liebe den Sex mit Frauen, weil das ist ein anderer Sex, das ist zärtlicher, viel langsamer, das ist ganz was anderes. Aber sie sagt dann trotzdem so diese Leidenschaft, dieses, das kann sie nur mit mir haben jetzt, also mit einem Mann. So dieses Polarität ist ja dann trotzdem das, was man dann nur zwischen Mann und Frau wirklich hat. Und auch statistisch gesehen, Ja, das kann sein. finde ich spannend. Also ich habe die Statistik mal abgecheckt, die mit Abstand häufigsten, die am häufigsten Sex haben, sind die Schwulen, also die Männer. Ja, genau. Dann Heteros und dann Lesben. Ja, und dann die Lesbischen. Warum, warum? Ja, das ist aber echt auch wieder eine große Frage, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, also der von der alten Theorie, Frauen haben eh nicht so viel Lust und Männer viel mehr, dann würde es ja genau so hinkommen. Aber ich glaube, dass es gute und wichtige Gründe gibt, warum Frauen weniger Lust haben. Weil, also nicht, nicht von Natur aus, sondern wir lernen ja immer noch, schlag die Beine übereinander. Pass auf, wasch dich ordentlich unten. Wir haben ein schlechtes Gefühl zu unserem Genital. Und deswegen, wir viel mehr Gründe haben, uns schlecht zu fühlen beim Sex oder bei dem Gedanken, oh, ich finde das geil. Und das ist ein Lustkiller, wenn ich weiß, pass auf, wenn du zu gern Sex hast, bist du eine Schlampe. Und, und, und. Da gibt es so viele Sachen, wo es negativ bei den Frauen lädt und bei den Männern. Du bist ein toller Hecht, wenn du viel Sex hast. Also das und dann dieses Gefühl für das eigene Genital, wo Frauen überhaupt nicht wissen, was sie haben. Also das ist jetzt ein Riesenthema, auch eins meiner wichtigen, aber das lege ich nur ganz kurz an, dass Frauen nicht wissen, dass sie die gleichen Schwellkörper, die gleichen Teile haben, Genital wie Männer. Dass auch die Klitoris schwillt an auf doppelte, noch größer, zum Teil 90 Prozent größer und die Klitoris ist nicht die Perle, sondern das ganze Organ und die Perle. Aber das meiste, 90, 95 Prozent liegen drin. Und die empfindlichste Stelle auf dem Körper ist bei einer Frau auf der Klitoris. Es gibt gerade neue Zahlen, wo man früher gesagt hat, das schafft, nee, die Vorhaut des Mannes, 2500 Zellen, bei der, pro so und so viel und bei den Frauen 8.000, jetzt gibt es neue Zahlen, das sind über 11.000. Also das ist eine hochsensible Stelle. Aber was wird gezeigt, wie wir damit umgehen? Rubbeln. Hartes, Wildes. Also es geht darum, dass der Frauenkörper noch gar nicht bekannt ist. Und das sage nicht nur ich, sondern bestimmte Professoren, die auch so Anatomiebücher und so jetzt endlich rausbringen, wo die ganze Klitoris drin ist. Die waren nämlich 100 Jahre weg. Ja, ich habe da auch ein paar von deinen Aussagen, die ich dir hier gerne zitieren möchte. Also eben, ich finde es auch spannend, dass 30 Prozent der Frauen nicht mal sich selbst zum Orgasmus bringen können und 80 Prozent der Frauen kommen ja bei Penetration nicht zum Orgasmus. Nicht. Also das muss man sich echt mal geben und da habe ich jetzt auch die Frage an dich, weil ich bin ja da auch, sage ich jetzt mal, seit ein paar Jahren durch Tantra auch so richtig reingekommen in diese ganze Geschichte. Also im Tantra spricht man ja von dem Klitoralen Orgasmus, von dem Vaginalen Orgasmus und dann noch diesem Cervical Orgasm. Und dieser Cervical Orgasm, das würde ich gerne mal hören, wie würdest du diese Interconnection bezeichnen? Weil ich habe schon Sexologen gehört, die gesagt haben, es ist eigentlich eh alles das Gleiche. Andere sagen, den Cervical Orgasm gibt es gar nicht. Erzähl uns mal ein bisschen was von dem weiblichen Geschlechtsorgen. Ja, das ist wirklich auch spannend, weil ja, es gab dieses, Freud hat ja gesagt, der Klitorale Orgasmus und da meinte er einfach mit der Perle außen. Der Klitorale Orgasmus ist ein anderer als der Vaginale. Aber heute ist so Stand der Dinge, dass fast alle diese Orgasmen oder beide Sorten jetzt, also ohne den Dritten, den du genannt hast, die sind Vaginale Orgasmen, weil diese Klitoris nicht die Perle ist, sondern Bulbuklitoral Organ. Ich gucke gerade, warte mal ganz kurz, ich habe gerade eine hier liegen, eine Klitoris. Und guck mal, da fehlt hier gerade, da sitzt normalerweise ein grüner, das ist dann der Vaginaleingang und hier die Harnröhre. Das hier ist das Bulbuklitoral Organ. Und das guckt raus und das hier liegt drin im Körper. Das hier sind die Lippen bei der Frau, die äußeren Lippen. Also gleich hinter der Haut von diesen berühmten, ich nenne die ja nie Schamlippen, aber Vulvalippen, äußere dicke Lippen, gleich hinter der Haut hast du Klitoris. Das ist alles verbunden hier mit diesem koboldischen Venenkomplex. Und deswegen ist auch, jetzt komme ich rein, das gehört nämlich zu deiner Frage, die Prostata der Frau mit dem Kommengriff, hier wäre der Harneingang und hier wäre dann die Harnröhre und da drum gewickelt ist Prostata-Gewebe und das kennen die Leute als G-Punkt, wir sagen G-Zone. Und das ist genau da, also da, wo die meisten Neuronen und zwei dicke, fette Nervenstränge reinlaufen, die beim Mann dünner sind und einen größeren Bereich versorgen, die hier sind dick und versorgen einen kleineren Bereich, also hochsensibel. Und deswegen, wie will man vermeiden beim Orgasmus, Klitoralen, dass man auch innere Anteile dabei hat. Man hat immer innere Anteile dabei. Und das zu den beiden. Aber du hast ja auch den dritten, ich habe gerade ein totales Blackout, wie hast du ihn genannt, den Muttermund-Orgasmus, Cervical-Orgasmus. Muttermund-Orgasmus auf Deutsch. Ja, danke, aber das meine ich eben. Da hatte ich letzte Woche schon mit dem Wort ein Problem. Muttermund. Manchmal vergesse ich, seit meiner Covid-Erkrankung habe ich so Worte, die ich immer wieder gesagt habe und die sind weg. Krass. Dann muss ich die kurz reinholen. Zuerst krass, es ist ätzend. Aber ja, das ist so ein anderer Orgasmus, wieder oder ein anderer Auslöser. Weil die Frage ist, wie ist ein Orgasmus? Da komme ich gleich zu. Aber die Stelle hier, also der Muttermund-Eingang, der A-Punkt oder so nennen die Leute das, das ist was anderes wieder. Und da gibt es so große Unterschiede bei den Frauen, weil einige das sofort als Schmerz bezeichnen würden, wenn da berührt wird oder gegengestoßen. Das ist ein Problem, was ich noch nicht genannt hatte in der Praxis, wenn Frauen mit Schmerzen kommen, hatte ich zwar gesagt, aber dass es öfter an einem sehr langen Penis liegt, der dann dagegen stößt. Das wissen viele nicht. Da gibt es auch ein paar Tricks gegen. Den Stoßdämpfer, den kann ich auch gleich erklären, wenn du mich daran erinnerst. Ich will nicht zu sehr abweichen. Aber diese Stelle, das erinnert mich ein bisschen an auch die G-Zone, weil beide Orte ja nicht angelegt sind im Gehirn für sexuelle Lusterlebnisse von Geburt an. Das war zum Beispiel bei meiner Prostata, als ich die Kurse gemacht habe, früher, um das zu verstehen und zu spüren selber, war es nämlich auch erst Schmerz. Weil ein leichter Schmerz kann ja sehr erregend sein, aber ich muss im Hirn das erspeichern. Du wolltest was sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Punkt ja auch mittlerweile und meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es sehr lange braucht, bis eine Frau es nicht mehr als Schmerz empfindet. Also wenn du als Mann nicht wirklich verstehst, was du machst und einfach da reinhämmerst, dann tut es weh. Aber spätestens so nach einer halben Stunde, 45 Minuten, wenn das Ganze wirklich offen und weich und sensibel ist, dann kann das dort richtig geil werden. Das ist so meine Erfahrung. Hast du das so schön beschrieben? Das ist toll. Das ist nämlich richtig. Und das ist auch nicht beim ersten Mal, egal ob die halbe Stunde vergangen ist und so, weil es müssen diese Zellen erst melden ins Gehirn und zwar von Lust. Und das heißt quasi Synapsenwege, Zellwege. Und deswegen ist jede Lust retrospektiv. Ich mag nur Dinge und kann sagen, das ist lustvoll, wenn ich die erlebt habe als lustvoll. Und das ist ja bei jeder anders. Wenn du deinen ersten Sex hast, als junge Frau, einen, den du nicht wolltest, den Sex, oder einen, den du wolltest, aber dein Freund hatte einen sehr langen Penis oder auch dicken und du hattest Schmerzen, dann ist diese Lust verankert im Gehirn, nämlich mit Schmerzen verbunden. Und da muss ich erst neue Wege, und da finde ich deinen Tantra, den du schon erwähnt hast, spitzenmäßig, weil da können die Leute ihren Körper entdecken und neue Synapsen, zusätzliche Synapsenverbindungen oder andere überschreiben. Das ist das Geile, weil dann kommst du ins Spüren. Und dann denke ich manchmal ehrlich, welcher Orgasmus ist wie? So wie man auch zum Beispiel sagt, der männliche Prostata-Orgasmus, den auch nicht nur schwule Männer kennen, sondern Finger rein und gegen drücken, ihre Prostata sitzen ein bisschen woanders, rein, anal und gegen drücken, dass der so anders sei. Aber ich stelle fest, und das ist meine Antwort denn auf deine Frage, nur meine, dass es viel mehr um die Erregung geht, wie erregt war ich? Weil ich kann berichten von klitoral-Spitzen-Orgasmen, also nur hier vorne Spitze, die so geil und ganz waren, wo andere, die mehr drin sind, auch geil sind, aber die breiten sich so anders im ganzen Körper raus oder so. Aber ich weiß manchmal selber gar nicht, welche ich besser finde. Ja, also auch hier wieder hast du es für mich schon wieder auf den Punkt gebracht, das ist diese, wie lange edgst du, also dieses Edging, wie lange ziehst du das durch, bis du dann entsprechend irgendwann vielleicht kommst. Also ich habe früher, als ich noch, also früher war ich noch eher so ein bisschen performance-driven als Mann, da habe ich so das Gefühl gehabt, wenn ich die Frau direkt zum Orgasmus bringe, dann habe ich danach eine safe Nummer, da bin ich raus und dann habe ich immer direkt mit meiner Zunge die Frau zum Orgasmus gebracht und das war ein schöner Orgasmus, aber es war, wie man auch so sagt, so ein kleiner Penny-Sneeze. Das heißt, es war zwar kurz, aber dann war es halt bam. Und mittlerweile mache ich das wirklich so, dass ich das über eben, das baue ich halt auf, dann wieder ein bisschen hier, wieder ein bisschen hier, aber immer bis kurz davor und dann wieder aufhören, oder? Und dann, es ist auch ein kleines Leid, ich kenne es ja selbst auch, wie es für mich ist, wenn man immer wieder kurz davor ist, ist es dann so, ha, ha, ha. Ja. Aber weißt du was, da gibt es auch eine körperliche Zellerklärung für, weil das ist nämlich eines der Tricks, die wir sagen, wenn eine Frau das noch nicht kann und sie erruppelt und ruppelt und ruppelt oder jemand ruppelt und sie, und dann entspannst du sie immer mehr an, weil jetzt, oh ja, ich schaffe das gleich, halte die Luft an und spanne an, mein Beckenboden klemmt um das Ganze hier. So, wenn man da aufhört, mache ich ja, ha, 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 und dann atme ich und in dem Moment, wo ich atme, bringe ich wieder Sauerstoff in die Zellen und entspanne meinen Beckenboden und deswegen ist das ein Trick, wenn eine Frau es fast kann, aber noch nicht, wenn sie mit ihrem Partner oder mit der Partnerin einfach kurz, die stoppen einfach kurz, dann bringt sie neuen Sauerstoff, neue Energie und dann kann es sein, dass sie dann kommt. Ja. Und das kann man auch selbst probieren beim Masturbieren, wie das wirkt, man kann einfach bis kurz davor machen, kurz innehalten, zweimal atmen, nochmal machen, weil dann der Orgasmus, der kommt, bei dreimal das oder viermal das oder noch mehr, ist einfach heavy stuff und deswegen teile ich gar nicht mehr ein in nur Spitze, drin, Cervix, whatever. Ja, so wie so ein kleines Konzert, das gespielt wird, überaus. Ja, ich höre schon, du weißt schon sehr, wovon du sprichst. Das hätte ich jetzt ein paar Mal schon gedacht. Da hast du dich fortgebildet quasi. Ja, es ist für mich, es ist einfach ein sehr faszinierendes Thema, weil ich hier selbst früher auch eben als Mann halt unter sehr vielen Performance-Sachen gelitten habe. Ich mache auch in dem Bereich Arbeit mit meinem Intimacy-Programm. So, und damit auch eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Du hast es jetzt gerade gehört, Ann-Marleen Henning, eine Sexualtherapeutin, hat gerade bestätigt, dass ich mich mit dem Thema sehr gut befasst habe und das hat auch einen guten Grund, denn ich liebe diese Themen. Ich liebe die Themen Dating, Sex, Intimität und deswegen investiere ich jeden Tag mehrere Stunden in die Recherche, um mir dieses Thema nicht nur selbst beizubringen, sondern es auch weiterzugeben. Und deswegen habe ich vor einigen Monaten auch Chainless Intimacy gelauncht. Das ist ein Programm unserer Chainless University, das ich persönlich auch leite, wo wir regelmäßig auch Live-Calls haben und ich dir nicht nur die Basics des Datings weitergebe, sondern dich auch einführe in das, was ich heute lerne für mein bestes Sex-Life, mein Dating-Life, meine Beziehungen. Und das sind wirklich auch viele wichtige Informationen, die wir heute brauchen, denn wir haben das Thema nicht in der Schule gelernt. Da hat auch Ann-Marleen Henning uns recht gegeben. Und wenn du da einfach ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann teste das Ganze doch gerne mal 14 Tage kostenlos aus. Du findest den Link in den Shownotes. Und es würde mich super freuen, dich natürlich auch in einer unserer Live-Cue-Nay-Sessions dabei zu haben. Bei uns gilt, jeder ist willkommen und wir können über alles reden. Niemand wird verurteilt und es gibt keine Tabus. Und deswegen, komm auf jeden Fall vorbei, schau es dir an und ich freue mich auf dich. So, jetzt geht's weiter. Aber eben, alleine zum Beispiel das Thema Assplay, du hast es ja schon so irgendwo angesprochen, das ist halt für viele Männer, wird halt, hey, ich würde mir nie von einer Frau einen Finger in den Arsch stecken lassen, weil das ist ja schwul, oder? Und für mich war das so, ich habe halt einmal glücklicherweise sehr früh eine spanische Frau kennengelernt, die da richtig Bock drauf hatte und ich dann so, hey, das ist ja richtig geil. Und ich höre halt auf das, was sich geil anfühlt und nicht auf das, was irgendjemand mir erzählt. Weißt du, was so witzig ist in meiner Sendung Make Love, die läuft ja nicht mehr, aber in der Mediathek kann man manchmal was finden beim ZDF, aber da war ein Mann, das ging um was ganz anderes, um innerbetrieblich Partnerschaft, irgendwas und Lust auf Sex, aber der berichtete, und es wurde nicht reingeschnitten, er berichtete, der hätte das beim Urologen entdeckt. Und da haben ja ganz, ganz viele Männer Angst vor und er meinte, nein, nein, ich war nicht geil beim Urologen, ich mochte das Ganze nicht, was er da macht, das zum Thema Lust, er mochte es nicht, aber er hat gemerkt, oh, da könnte was Geiles sein, wo ich weiter dran möchte oder ran muss. Und dann hat er das danach verbunden mit Lust, weil er hat diese Erregung sehr wohl gespürt, er fand, die ist dann natürlich nicht angebracht beim Arzt und er hat es smunzelnd gesagt und dann hat der Sender das sich wohl nicht richtig getraut, das reinzuschlagen. Weißt du, was ich meine? Dieser, das machen doch nur Schwule, nee, überhaupt nicht. Ja, lustig, lustig. Ja, wenn wir jetzt schon gerade bei diesem Tabuthema für Männer sind, also eben, das ist für mich eines der größten Tabuthema, vielleicht noch das Thema, weil du es vorhin auch so leicht angeschnitten, also Squirten kommt ja auch bei Frauen dazu, das ist ja auch etwas ganz Spezielles und da bin ich zum Beispiel auch an einem Punkt, wo ich schon oft mit Frauen diskutiert habe, weil ich habe mir Studien dazu reingezogen und es steht halt in diesen Studien, dass wenn sie dieses Sekret untersuchen, es ist ja nicht mal ein Sekret, es ist ja wirklich Urin, habe ich rausgefunden und wie würdest du das jetzt sagen, also ich sage nicht, dass es nur Urin ist, aber es ist zu einem großen Teil ist es Urin und immer wenn ich eine Frau und das sage, sagen sie, nein, nein, das stimmt nicht, weil sie irgendwie das unangenehm ist, dass es Urin ist, aber am Ende des Tages, also was ist dein Stand der Wissenschaft? Ja, das ist eine Diskussion, hast du genau recht, nun kommen wir ja immer dazu, dass man als Frau dann auch eigene Erfahrungen damit haben kann, habe ich auch, aber das Ding ist, ich könnte es eher so mit einer Mengenbeschreibung machen, das was da rauskommt, wenn es aus diesen verschiedenen Drüsen, es sind nämlich sogar mehrere Drüsen, aber auch dieses umwickelte Prostatagewebe um die Harnröhre herum, da kommt was raus und wenn es über eine bestimmte Menge ist, ist es definitiv mehr, als diese verschiedenen Drüsen es schaffen würden und das heißt, da ist eine Menge Urin drin oder Harn, aber nicht immer. Genau. Weißt du das? Und wenn, ja, genau, wenn es mehr ist, so im Porno zum Beispiel, dann schummeln die ja eh, aber was du machen kannst, du kannst einfach einen halber Liter Wasser vorher trinken, also viel trinken, die Blase ist voll und was dann nämlich hinzukommt, wenn du kommst, ist es die Bauchpresse, da drückt es auf die Blase und die eigentlich zu ist bei Sexualität, die schließt sich von alleine, das kann man beim Mann besser verstehen, sonst würde er ja pinkeln mit seinem Teil. Also da schließt sich was zur Blase, aber wenn du doll genug drückst, so, oh, und das sieht man auch im Porno, dann drücken die einmal extra, dann kommt ganz viel aus der Blase, weil das sind ja Mengen, die manchmal in die Kamera spritzen und so weiter, dann ist es ganz klar, sehr verdünnter, frisch getrunkenes Wasser, also Haaren. Ja, also das macht Sinn, also das ist auch das, was ich eben, glaube ich, verstehe darunter, es gibt sehr feuchte Zustände, die aber nicht theoretisch Urin sind, aber wenn dann dieses Explosive kommt, dann ist es in der Regel, das ist ja Squirt, dann ist es in der Regel Urin. Ja, genau. Und jetzt, wo du gerade das mit der Harnröhre gesagt hast, die zu ist, da habe ich jetzt gerade, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade in meinen Kopf gekommen ist, ich habe, glaube ich, das noch nie jemandem gefragt, aber es gibt dieses Buch, ganz ein kaputtes Buch, Opus Pistorum von Henry Miller, und da gibt es, also ich weiß nicht, warum ich jetzt auf das komme, aber auf jeden Fall, da gibt es eine Szene, da haben die Analsex, einen Mann und eine Frau, und sie fragt ihn, ob er in ihr urinieren kann. Und dann beschreibt er diesen Prozess, dieses, also er schafft es dann aber scheinbar, und das habe ich dann auch so gedacht, also das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie, also es ist noch nie dazu gekommen, dass es eine Frau wollte oder so, aber es ist dann so, geht das überhaupt? Ja, das ist wirklich schwer, und wir wissen es alle, weil selbst nach dem Sex, weißt du, wenn wir zur Toilette wollen, ist es schwer. Aber spannend, nein, das meine ich gerade, worauf kommen Leute? Alle, ne? Und es ist ja auch nichts dabei, das ist ja, Urin ist ja steril. Ich will es jetzt wieder so ein bisschen zurückbringen auf diese Gesellschaftsebene, weil so wie ich das jetzt merke, du bist da voll embodied, also du verkörperst es, ich habe meine Erfahrung gemacht und bin da wirklich auch fasziniert, und eben, ich würde auch wirklich sagen, dass ich aus irgendeinem Grund schon sehr früh, nicht schamlos war, aber ich habe einfach schon sehr früh diese Neugier gehabt, und uns die offenen entsprechend auch angesprochen, und trotzdem gibt es ja heute, gerade heute, wenn man mal so ein bisschen sozialwissenschaftliche Daten sich anschaut, also die Leute haben weniger Sex, also die Leute heute haben weniger Sex als unsere Eltern. Warum haben wir in unserer Gesellschaft immer weniger Sex? Was ist da los? Ja, ich glaube tatsächlich, also wir haben generell meist weniger Sex, wenn wir in Flucht und Angriff sind, wenn unser Nervensystem in Not ist, und das ist es bei Stress, bei jeglicher. Also das ist nicht der Säbeltiger, sondern was weiß ich, plötzlich sind die langen Bürozeiten und die ewig dauernde, immer da seiende Erreichbarkeit und so ist ein Säbeltiger. Also immer wieder, es ist voll mit Tigern und wir sind, ohne das zu merken, immer im Stress. Und eine Körperkomponente, was dazu gehört, das können alle jetzt auch zu Hause selbst probieren, nur nicht jetzt, wenn ich rede, da klappt es kaum, aber setz dich auf dem Sofa und mach die Augen zu, sei ruhig und dann beiß deine Zähne zusammen. So, das ist wie diese Worte, ich habe mich da durchgebissen, beiß dich durch, so all diese Volksmundausdrücke. Wenn man Zähne zusammenbeißt, geht automatisch der Beckenboden auch mit hoch, weil das ist das System, was wir brauchen, wenn wir angreifen oder wegrennen. Und da ist kein Sex vorgesehen. Und wenn das hoch angespannt ist und wir laufen angespannt durch die Gegend, spüre ich auch weniger. Wenn ich so mache und beginne zu streicheln, wird es schnell nervig. Ich klemme jetzt gerade sehr eng zusammen, dann wird es sehr, sehr schnell so, ja, ja, ist ganz nice, aber nichts Besonderes. Und ganz schnell, wenn ich das mit dem anderen mache, ohne zusammenklemmen, dann kann ich schon Gänsehaut machen in no time. Und deswegen, dieses Angespannte killt Lust. Und wir haben auch die Zeit dafür nicht, wir nehmen uns die nicht. Und das ist was anderes, aber ich wollte kurz noch einen Spruch von meiner Assistentin bringen. Ich fand das echt witzig. Die hat es nämlich auch einmal so von mir erklärt bekommen. Und die hat dann so ganz still, war sie am Telefon, und dann meinte sie, ach so, weil es sich so schlecht mit dem Ständer über die Steppe rennt? Ja! Wenn man Stress hat, soll man keine Erektion haben. Du wirst vom Säbeltiger umgebracht, während du gerade vögelst. Und deswegen ist der Körper so eingestellt, wenn wir angespannt sind oder gestresst, ja, da ist kein Sex vorgesehen, da läuft kein Blut in die Genitalien, es läuft in die Beine, damit du beweglich bleibst. So, und das ist eine Sache, die ist uns nicht so bewusst, dass wir dauernd in Gefahr, laut unseren alten Anteilen des Gehirns, die noch voll gut funktionieren, dann sagen die, ey, Gefahr, 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 guck mal die Welt da draußen an. Also, oh shit! Und dann vergessen wir das. Wir grübeln, wir sind angespannt, wir sind nicht im Körper. Und spüren den nicht. Und dann spürst du auch nicht den Erregungsreflex, wenn sich unten ein bisschen was tut, wo du theoretisch weitermachen könntest. Ja, ja. Ist ganz schlimm. Schlimm wie nie zuvor in der Praxis. Ja, es ist einfach mangelnde Sensibilität. Ich bin eher so auf der anderen Seite des Extrems. Ich bin hypersensitive. Also, bei mir ist es so, dass ich, also zum Beispiel auch so Nippel, viele Männer haben zum Beispiel gar keine erregbaren Nippel. Bei mir ist es so, wenn eine Frau mir an meinen Nippel rumspielt, bin ich so in einem anderen Universum. Und das zeigt ja eigentlich, das ist eben auch vielleicht, also ich gehe jetzt mal davon aus, auch genetische, kann es auch genetische Voraussetzungen geben da? Ja. Gibt es Studien zu und Theorien zu, dass es ja, dass es das gibt. Also so ähnlich wie Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Und wie sensibel bist du? Wie empfindsam? Dann spürst du eben, wir haben es ja alle, aber dann spürst du es mehr als andere. Und so bin ich auch. Und das ist was ganz anderes. Ich weiß, ich habe auch Frauen, die sagen, die spüren ihre Brust wahnsinnig. Ja, ja, genau. Und das bringt mich jetzt zu so einer Grundsatzfrage, weil viele Leute haben weniger Sex. Du hast jetzt ein paar Gründe genannt, die auf jeden Fall auch sozialwissenschaftlich wichtig sind. Also eben, wir leben hier gerade in einer super krassen Zeit und viel passiert. Und alleine durch die wirtschaftlichen Krisen und durch die wir gehen und arbeiten. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall einen Punkt. Aber wenn es vielleicht auch wirklich so ist, und das habe ich übrigens auch wirklich nicht lange ignoriert, auch bei meinen Kunden. Es ist wirklich so, ich habe Freunde, die sagen mir mittlerweile, weil ich sie sehr gut kenne und lange genug mit ihnen auch Vertrauensbasis aufgebaut habe, die sagen mir, Mischa, ich weiß nicht warum, aber mir war Sex und ist Sex einfach jetzt nicht so wichtig. Also wenn ich jetzt mal gucke, wie oft ich mit verschiedenen Männern und Frauen über Sex spreche, ich würde sagen, das ist ein sehr zentrales Thema in meinem Leben. Und gleichzeitig gibt es aber Menschen, die reden über ganz andere Sachen und das finden die viel cooler, oder was gemischtes Hack wieder erzählt hat oder was im Fernsehen läuft oder was auch immer. Und ich frage mich dann so, also die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, warum ist Sex überhaupt so wichtig und warum sollten wir ihn überhaupt haben? Naja, vorweg geschickt, diese Theorien, die Neurotheorien, die ich eben kurz meinte, es gibt so eine Theorie, die davon ausgeht, heißt Double, Dual Control Model, die gehen davon aus, dass es angeboren ist, wie sehr deine Ausrichtung da, also ob du ein starkes Gas hast, kommst du leicht in Erregung, so beschreibst du dich und eine Bremse, die brimmt fast nie, so bin ich auch. Es gibt aber Leute, die haben so ein schwaches Gas, was ganz schwer ist zu betätigen und ihre Bremse ist immer durchgetreten. Genau. Will ich nur vorweg schicken und das ist eine Ausgangstellung, die man ansieht für angeboren. Das heißt, daran wird sich nicht besonders viel ändern und Leute, die sehr, sehr gut bremsen können und wenig Gas geben, die finden einfach Sex nicht so wichtig. Aber jetzt fragtest du ja, warum sollten wir ihn haben? Und ich kann nur sagen, vielleicht sollten wir das gar nicht, also nicht unbedingt. Einige ja, andere nicht. Ich sitze ja mit Leuten auch, alle denken immer, ich will, dass die Leute Sex haben. Nee, wenn zwei Leute da sitzen und sagen, wir haben kaum Sex, wir haben Berührung und Umarmung und toll, aber wir haben kaum Sex. Ja, dann sage ich doch nicht, ihr müsst. Aber tendenziell ist es einfach schon gesund. Hat was mit dem Immunsystem zu tun und sowieso auch Immunsystem und Wohlfühlen ist ja sehr davon auch geprägt, wenn du Hautkontakt hast. Haut. Und ob das jetzt Sex oder nur Streicheln ist, scheiß drauf. Aber viele Leute können aber auch durch den Sex diese Entladung haben, dass diesen ganzen Stress entladen, abspritzen oder kommen, Frau spritzt vielleicht nicht immer dann, aber ab, entladen und danach so, ah, diese tolle Entspannung von allen Muskeln. Aber weißt du, du hast, ich weiß nicht, ob in dieser Aufnahme, aber kurz davor, warst du von Tantra gesagt auch, dass du, naja, doch haben wir schon ein bisschen gesprochen, da gibt es ja tatsächlich auch, gab es jedenfalls vor 10 Jahren oder so, 15 Jahren, diese Richtung oder diese Idee, dass der Mann genau deswegen nicht abspritzen soll, weil er den vollen Stress reinspritzt in die Partnerin oder in den Partner. Also dieses, das sind so Energieideen, Konzepte. Aber das, du hörst schon wieder, für einige ist das richtig, für andere das. Also, und für viele ist Sex wichtig. Es ist was Tolles. Ja, also es ist ja, da bin ich echt auch immer noch nicht so an dem ultimativen Punkt angekommen, wo ich jetzt wirklich weiß, weil auf der einen Seite ist ja Tantra, da gibt es ja auch Theorien, dass je älter man wird, desto weniger sollte man als Mann kommen, weil man ja auch wirklich diese sexuelle Lebensenergie, also ich kann die zum Beispiel sehr gut nutzen, um auch eben zu kreieren. Eben nicht ein Kind, sondern eben alles, was ich in der Welt kreibe. Das ist für mich so die Energie nach außen. Und deswegen sage ich auch, und das muss man halt auch mit seiner Partnerin oder mit den Frauen, mit denen man Sex hat, auch kommunizieren als Mann, ist so dieses, ich muss sie mein Team holen, weil Frauen wollen schon, irgendwo habe ich das Gefühl, den Mann melden. Also ich merke schon, dass es Frauen gibt, die richtig Bock drauf haben, ich will jetzt sehen, dass ich dich zum Kommen bringen kann. Und wenn du dann nicht kommst, das Mann, ist es für sie dann auch so eine Art, manchmal nicht so angenehm. Und deswegen sage ich halt auch, also ich habe es noch nie geschafft, aber ich bin immer, ich mache das jetzt dann mit meinen Kunden, mal offiziell, so eine Challenge, ich habe die von meinem Mentor damals gekriegt und ich habe sie bis heute nicht zu Ende gebracht, die 30-Tage-Tantra-Challenge heißt es. Yes, ich kenne die, sie meine ich. 30 Tage lang sexuell aktivieren, also jeden Tag entweder Sex oder Selbstbefriedigung, aber nicht kommen, aber dafür wirklich etchen. Und spätestens so nach 10 Tagen, zwei Wochen bin ich immer an dem Punkt, wo es irgendwie einfach nicht mehr geht. Du schwaches Kink. Ja, aber ja, kann man mal machen. Aber ich glaube, nach 10 Tagen hast du auch das gleiche Gefühl. Ja, erstens und zweitens gibt es ja auch wieder, und das weißt du sicher besser als ich sogar, mittlerweile auch Evidenz, die zeigt, dass Männer in Bezug auf Prostatakrebs sogar ab und zu kommen sollten, oder? Ja, ich sage immer, das Rohr muss durchgespült werden. Es gibt Studien, die zeigen, Männer, die gelegentlich, also regelmäßig das Rohr durchspülen, also kommen, die haben, da gibt es drei, es gibt weniger Prostatakrebs, weniger Herzinfarkte und weniger Schlaganfälle. Und bei der Frau geht es nicht um das Kommen und den sexuellen Akt an sich, sondern mehr, bezogen auf Brustkrebs, gibt es Zusammenhänge mit ihrer Zufriedenheit mit dem Sex. Also quasi, wenn sie keinen hat und das für sie das Beste ist, sie fühlt sich gut, damit sie will eigentlich gar keinen, dann ist das was Gutes. Wogegen, wenn sie unzufrieden ist, ich würde so gerne, aber irgendwie will er nicht und so weiter, das ist für sie ungesund. Aber bei Männern hat es mit dem Rohr durchspülen zu tun, genau. Ja eben, und das ist der Grund, warum ich sage, ich bin da noch nicht 100% jetzt, dass ich sage, also ich muss sagen, das ist auf eine Art auch echt etwas, das Einzige, was ich sagen kann, das hat mich ein bisschen negativ geprägt, ist, dass ich manchmal wirklich so, wenn ich komme, das Gefühl habe, oh, also ich kann das manchmal nicht mehr so genießen wie früher, weil ich das Gefühl habe, also da hat sich etwas eingeschlichen, was ich immer noch am Überprüfen bin, wie ich das wieder loskriege, weil es ist ja auch wieder Performance am Ende des Tages und das bringt mich eben auch wieder zu so einer unglaublichen Erkenntnis, die ich erst vor kurzem hatte mit meiner Freundin, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich benutze keine Kondome oder sehr ungerne Kondome, auch nicht zur Verhütung und deswegen ist es aber so, dass ich merke, dass wenn du wirklich loslässt und das ist ja das, wir reden jetzt seit einer halben Stunde über Sex, über geilen Sex und den kannst du ja eigentlich nur dann haben, wenn du im kompletten Vertrauen bist mit deiner Partnerin und mit deinem Partner und dich auch wirklich auf tiefster Ebene fallen lassen kannst und loslassen kannst und ich finde, das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, dort sehe ich natürlich schon, warum die Evolution uns einen geilen Streich spielt, weil das ist dort, wo du dann eben auch schwanger wirst, also dort, also das ist dann dort, wo ich wirklich so, du musst sie dann wegwerfen von dir. Du bist so super entsehlt. Deswegen, ja, also das ist der einzige Punkt, wo ich da nochmal so reingehen kann und um es jetzt vielleicht wieder auf deine Field-Expertise zu bringen, auf deine Experiences auch mit, in der Zusammenarbeit mit Couples, weil wir jetzt von diesem Loslassen, diesem Vertrauen gesprochen haben, mich würde da einfach mal so deine persönliche Strategie interessieren. Also, wie erhöht man denn jetzt als Paar oder einfach auch bei sich, was können wir tun, um diese Sex-Lust wieder zu steigern, wenn die jetzt einfach nicht da ist oder nie da war bisher? Ja, ja, also dann können wir ja schon daraus schließen jetzt, wir müssen irgendwas tun, dass wir weniger angespannt durch die Gegend laufen. Also, wir müssen irgendwie mal innehalten. Ich sage immer das Wort innehalten, weil wenn ich weiterlaufe, kriege ich wirklich wenig mit. Du hattest irgendwie, oh ja, das war es. Ich hatte irgendwas, was ich sagen wollte, weil du meintest feinfühlig und spüren. Sensibilität. Das ist tatsächlich, ja, du hast nämlich tatsächlich recht, dass das Berühren von angespannten Sachen, wie ich gerade, also ist nicht gut. Also, du spürst mehr, dein Hautwiderstand ist davon abhängig, wie gestresst du bist. Und wenn, selbst wenn ich innehalte und sage, so, jetzt wollen wir, wir legen uns hin, dann passiert nichts, wenn du nicht wirklich, wirklich entspannt bist. Du kannst nicht einfach sagen, ich stoppe jetzt. nee, du musst entspannt, also das, das hört sich fast furchtbar an, aber du musst richtig entspannt sein. Und deswegen hat es was, dann sage ich, na, nimm mal eine Badewanne oder geh, nee, das geht, dann wird das zum Stress. Also, du musst innehalten und denken. Du musst denken, ach, was mache ich gerade in meinem Leben? Wo kann ich Pausen machen? Was mache ich sehr, sehr gerne? Wo ich in Kontakt mit anderen bin? Und so weiter. Also, ich muss langsamer werden, weil in der Langsamkeit spüren wir mehr. Und dann kann ich erst beginnen, Begegnungen zu initiieren. Und vor allem müssen wir auch Mythen gehen lassen. Weil wenn man denkt, Sex ist ein Trieb und ich warte einfach, bis es von alleine kommt, dann ist Sex aber leider kein Trieb. Nicht jedenfalls nicht wie die anderen, die wir kennen. Hunger, Durst, Schlaf. Sexlust ist, was ich damit verbinde, was ich schon gesagt habe, retrospektiv, was ich damit verbinde und ich muss Zeit dafür haben. Und das bedeutet, ja, so wie es heute aufgestellt ist alles, muss ich was verändern. Weil es kommt nicht von alleine, weil es kein Trieb ist. Es ist Antriebsmotiviert, Quatsch, Anreizmotiviert. Also die Karotte vor dem Esel, sage ich immer, die muss mir gefallen, sonst mache ich die nicht. Und wenn ich andere Karotten lieber mache, ja, ich gehe jetzt mal schnell Insta, jetzt kaufe ich mal eben Fernseher online, wird nächste Woche geliefert, ich mache dies, ich mache das, dann habe ich so viele Karotten, dass ich die eine gar nicht mehr sehe. Die heißt, da verbinde ich mich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Wie stoppe ich das? Innehalten, nachdenken, reflektieren und herausfinden, was ist für mich wichtig und was nicht. Weil so wichtig und triebartig, dass es von alleine passiert, ist Sex nicht. Nur wenn du verliebt bist. Und das ist ein Hormoncocktail, Drogencocktail. Was heißt das? Das muss ich wissen, weil sonst warte ich bis aller Ewigkeit, bis es von alleine passiert. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und was tun dafür, ist nicht, oh, dann stimmt was bei uns nicht, weil wir müssen was tun. Nee, dann ist nur die Fact, andere Dinge sind reizvoller gerade, es ist eine Lebensphase, wir haben Anstrengungen und die Karotte ist bei mir gerade ganz klein. Aber dann nicht Stress davon kriegen, sondern sagen, es ist in Ordnung. Da kommen noch wieder andere Zeiten, aber aufpassen, nicht zu lange zu warten. Und sonst lieber was tun. Ach, weißt du was? Eine Sache noch, das kann man nämlich googeln, weil das hatte ich gerade in einem Vortrag letzte Woche erzählt, da ist so eine Durex-Kondomwerbung, kannst du dir doch angucken, Durex, wo es um die neue, das neue Gerät für sexuelle Zufriedenheit im Bett, die haben sich was überlegt. Und dann wird der ganze Film so aufgezogen, da sitzen Paare, ein lesbisches Paar und alles mögliche Paare. Ihr wollt das wissen und es wird so hochgefahren, es ist wissenschaftlich, Labor, weißer Kittel, was es ist, was ihr mit ins Bett nehmen könnt, sofort und ihr werdet mehr Sex haben, es läuft ab dann alles anders. Wollt ihr es wissen, so ist es hochgefahren und dann kommt die Erbstin und sagt, okay, ihr seid alle da, alle gucken, dann sagt sie, the off button. Also den Ausknopf vom Phone und die Gesichter, die danach gefilmt werden, das ist das ganze Ding wert zu schauen, weil die gucken schuldig, die gucken traurig und dann gibt es kleine, nette Gespräche mit den Paaren und die sitzen da und sagen, I'm so sorry, dass ich im Bett immer noch auf soziale Medien bin, anstelle, dass ich dir in die Augen gucke. Und das ist ein Ding, sorry, wenn du fragst, was kann ich tun? Use the off button. Und ich frage meine Paare, seid ihr gleichzeitig zu Hause? Die Kinder sind schon im Bett, ihr seid noch wach und ihr habt kein Screen vor der Nase. Was meinst du, ob die Ja oder Nein sagen? Den Zeitpunkt gibt es kaum, wo das gegeben ist und dann braucht man nicht warten und ich habe keinen Zauberstab. Ich mache das mal eben für euch. Ihr müsst den off button finden und euch begegnen. Ja, sich gegenseitig begegnen, genau. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich der Grundsatz. Vor allem eben auch in Beziehungen. Also ich war ja auch sechs Jahre lang in einer Beziehung und das war so auf der, würde ich jetzt mal sagen, wie sagt man, der biologischen Ebene, sexuellen Ebene, war das so der perfekte Match und wir haben es nach drei Jahren nicht geglaubt, dass wir immer noch, fast wie am Anfang, Sex hatten. Aber dann, als die Corona-Pandemie kam, und wir zum ersten Mal sechs Wochen in der Wohnung zusammen eingesperrt waren und da etwas verloren gegangen ist, da haben wir zum ersten Mal gemerkt, scheiße, wir müssen, also da haben wir dann zum ersten Mal gemerkt, okay, es geht sogar, bei solchen Matchs kann das Feuer erlischen, wenn man eben nicht Intimität auch aufbaut dann und sich mit, oder dieses sich gegenseitig auch mitteilen und sehen und fühlen, das ist ja auch extrem. Ich sehe dich, du fühlst mich und diesen Raum zu kreieren, überhaupt mal, in dem dann wieder Sex passiert. Aber das ist gut, das ist noch eine Richtung, wie man zu mehr Sex kommen kann und das sind diese ganzen Differenzierungstheorien, Intimacy Theories, dass das Hirn, wenn es nur interessiert am Anfang, wenn man verliebt ist, Drogencocktail, Gefühle werden da weggehalten, dann kommen Gefühle, dadurch, dass es in Liebe wird und man verliebt sich nicht in die Nächste oder den Nächsten, sondern wir bleiben zusammen, dann ist es Liebe, da sollst du eigentlich nicht so viel rumpoppen, du musst dich erstmal kümmern um die Kinder, die du da bis dahin gemacht hast. Also Liebe killt so ein bisschen den natürlichen Sexdrive und das Hirn ist gelangweilt, also der wichtigste Faktor für Sexabfall ist die Länge der Beziehung und wenn das alles passiert ist, das war jetzt der Schnelldurchgang, wie mache ich denn mein Hirn wieder wach? Das mache ich, entweder das machen die Leute, indem sie sich neu verlieben mit jemand anders oder indem du wahre, intime Begegnungen und ich meine nicht diese Intimität, sondern die, die du auch, also durch die Augen, die Begegnungen zweier Hirne, das macht wach. Dann wirst du richtig wach wieder, weil dann zeigt die Person, die dein Gegenüber zeigt, dir dann Spannendes, Neues, vielleicht auch Gefährliches, Aneckendes, wenn man sich nicht so viel zurückhalten würde mit allem, woraus man eigentlich besteht und wer man ist. Das tut man nämlich, weil gleichzeitig, das was ich alles erklärt habe, passiert noch was, die Kindheit, sage ich immer, geht auf on. Wenn es nämlich um Gefühle geht und nahe Menschen, dann kommen auch die ganzen Verletzungen auf aus der Kindheit. Die Gefühle ist nicht so eine Box, wo wir nur das Nitte rausnehmen. Wenn die Box offen ist, dann kommen alle raus, auch alte Verletzungen, alte Sachen und da scheinen wir Leute zu treffen in Paarbeziehungen, die genau das Richtige triggern, damit wir uns entwickeln können und heilen können. Und die Arbeit, die ist intim, wenn ich zulasse, dass man gegenüber das sehen darf und miterleben und spüren darf. Und dann wird man wieder geil und zwar auf die Person und nicht nur durch so einen Cocktail von Anfang oder irgendeinen perfekten Körper oder irgendwas. Das war Schnelldurchlauf jetzt, weil wir kurz vorm Ende sind. Ja, aber genial erklärt. Gut. Mega, mega gut. Also das wirklich auch, besser hätten wir es glaube ich nicht zusammenfassen können, das lasse ich auch genauso stehen, weil das eben, da könnte man jetzt stundenlang reingehen in das Thema. Aber für mich war das auch das erste Mal, als ich Sex hatte und meine Ex-Partnerin damals hat angefangen zu weinen, da wusste ich so, okay, das ist was anderes jetzt. Oder so diese Sachen, die dann entstehen aus dem Moment, aus dem Vertrauen, aus dem sich fallen lassen, Much heavier, nicer, ja. Ja, und das sind auch echt viele, also ich sage es auch echt, also ich habe auch jahrelang gedacht, wenn jemand weint, dann ist das was Schlechtes. Also das sind auch echt viele Dudes, viele Männer, noch gar nicht ready, das zu mieten. Also ich glaube auch, viele Männer sind da echt noch an einem Punkt, wo sie das gar nicht halten können, weil sie sich selbst wahrscheinlich gar nicht halten in diesen Zuständen. Ja, genau, das muss man alles gelernt haben erst wirklich, weil das, nun wo wir das gesagt haben, Orgasmus, die meisten haben beim Orgasmus ja eine genitale Entladung, dieses geile Gefühl. Aber es gibt ja auch Leute, die eine emotionale Entladung haben, wie wir sagen, und das wäre so ein Beispiel. Da gibt es Leute, die weinen, denn direkt nach dem Orgasmus kommen alle Gefühle so raus und das können auch weinen und 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 sein und auch lachen. Und da wundern sich Leute, die das nicht kennen, oh Gott, sie hat gerade einen heftigen Lachanfall oder weint. Oh, war was nicht in Ordnung? Nein, die haben meist nur eine emotionale Entladung haben, also ein Loslassen von Gefühlen, die raus wollten. Ich würde jetzt zum Abschluss noch ein Fass aufmachen. Ich versuche mal, so ein Fass aufzumachen, wo ich dir einfach die Möglichkeit gebe, zu sagen, was du davon hältst oder im Allgemeinen deine Meinung. Also ich würde es vielleicht gerne auf die gesellschaftlichen Konditionierungen versus die biologischen Veranlagungen nochmal nehmen. So im Sinne von, wie viel ist eigentlich biologisch, wie viel ist gesellschaftlich? Weil, du hast jetzt auch schon erzählt, eben, es gibt ja Menschen, die gehen dann in polyamore Beziehungen, die gehen in offene Beziehungen. Ich bin auch in einer offenen Beziehung, weil ich eben gemerkt habe, dass das monogame Modell für mich irgendwie nicht ganz zufriedenstellend ist, langfristig, die Idee zumindest. Nee, passt nicht zum Gehirn. Das Gehirn ist nicht monogam. Und deswegen bin ich aber auch jetzt an einem Punkt, wo ich eben durch diesen ganzen Sumpf zuerst mal gehen musste und da sogar bei mir Schamthemen und Schuldthemen aufgekommen sind. Darf ich das überhaupt? Darf ich mir das überhaupt wünschen? Und darf sich das auch eine Frau wünschen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. So ist es. Dadurch bin ich auch auf amerikanische Frauen vor allem auch gekommen, die zum Teil jetzt auch so diese, ich weiß nicht, wie sie es nennen, die Immortality Key und so. Das ist dann so diese Szene, die sagt, hey, es gab früher Sexpriesterinnen in der Zeit der Kirche, die zum Teil dann eben auch wirklich mit psychedelischen Substanzen die krassesten Sexorgan hatten und das ist eigentlich alles in der Kirche. Sozusagen, die haben gecheckt, hey, wenn du psychedelische Substanzen, Mind-Altering-States mit Sex kombinierst, dann kontrollierst du eigentlich die schöpferische Energie, das ist zum Beispiel mein größtes Thema in meinem Mentoring, die Leute in diese Schöpferenergie zu bringen, dann kontrollierst du die und weil die das gecheckt haben damals, das kann natürlich jetzt auch eine krasse Verschwörungstheorie sein, aber ich spüre, da ist was dran, irgendwie hat die Kirche gesagt, hey, wir müssen Drogen verbieten, dann haben sie es eben auch Drogen genannt, weil nicht mehr Medizin und wir müssen Sex verbieten und weil wir diese zwei Sachen sozusagen auch heute im Kollektiv noch so stark, hast du die Leute so genau dort, wo du sie hast und deswegen die Frage so, wenn, also was sind wir Menschen eigentlich, sind wir, sind wir eben, machen wir Orgien oder ist das eben auch wieder nur ein kleiner Teil, ist das ein kaputter Teil, sind das Psychopathen, die das machen, also vielleicht einfach mal da noch so zum Schluss. Ich glaube, also das ist wirklich ein Riesenthema und übrigens ist ja auch gerade so eine Art Development oder Bewegung drin, sich Drogen anzugucken, als Bewusstsein verändernden Drogen in der Heilung von psychischen Krankheiten und so weiter. Also das muss man wirklich nicht mit Vorsicht genießen, das war der falsche Ausdruck, sondern auch das Potenzial sehen, was das kann. Aber da wir alle sehr auf dem eigenen Wohl eigentlich auf sind, auch wenn wir gelernt haben, kümmere dich um andere, sind wir ja kleine Egoisten, also man sieht es bei ganz kleinen Kindern, ich will diesen Lolli haben und dann kommt ein Tobsuchtanfall, wenn du Nein bekommst. Also das würde schon ziemlich ausarten, wenn eine Gesellschaft, Anarchie eben, wenn eine Gesellschaft keine Regeln hätte. Für mich ist das Problem, die Regeln meinetwegen, die haben wir denn, aber für mich ist das Problem dann, wenn Leute, Regel, manche Leute dann nicht ganz regelkonform laufen, wie die verurteilt werden. Also mit Droge, ja gut, dann gibt es die Gesetze, dann hast du auch noch ein Gesetz gebrochen, aber mit dem Sex, da geht es um Verurteilung, weil du einfach anders bist als andere. Und deswegen, Menschen tendieren wirklich dazu, wenn die nicht gestoppt würden als Kinder, wir lernen da, uns zurückzuhalten, die Klappe zu halten, einzuordnen und und und, dann würden wir viel mehr wagen. Und du fragst ja um gesellschaftliche Dinge, da fehlt was in unserer Gesellschaft, weil wir nie uns trauen, aus der, nicht nur aus der Komfortzone, sondern was zu machen, wo andere Leute denken könnten, oh, oh nee, das dürfen die nicht denken, ich halte mich zurück. Da fehlt was an Kreativität, an Motivation, aus Angst gelernt. Das Ding, da kann ich dir nur recht geben, wir wären so viel schöpferischer, allein die Schule, wenn die anders aussähe, da tunet man die weiter ein. Genau. Und die, die eigentlich, also das ist ein super, also super schlecht, übrigens die Priester, Tempelpriesterinnen und so weiter, die kamen, glaube ich, tatsächlich ja nicht an der Kirche, sondern das ist noch älter, 2000 Jahre oder vor der Kirche, aber natürlich hatten auch viele Naturvölker Religionen. Und generell ist, und das ist mir wichtig, das sind nicht die Religionen, die das vorschreiben. Es wäre ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn Götter so lebensnegativ wären, wie die Kirche daraus es gemacht haben. Ja, und ich sehe gerade, ich bin ja in Dänemark, Skandinavarin, und auch die griechischen Götter waren wild, aber die dänischen, die waren in jedem Fall wild, die heißen ja Asen, Ase treu, die vögelten mit Tieren, gegenseitig mit sich, mit Familienmitgliedern, mit allen. Und es gab mehrere, wenn man mehrere Götter hat, also Polygöttrik, da ist es einfach so ein bisschen schwer, so einen weißen alten Mann mit dem Bart da oben hinzusetzen, als wenn es ein Monogott, ne? Monotheistisch. Das ist, also, ja, monotheistisch und polytheistisch, der bei uns, die Götter haben, sind eben bei uns, in unseren Breitengraden hier oben, bei den Skandinavern, sind sogar die Götter lustig, lustvoll. Die Vögeln, und das spielt eine Rolle, in den Geschichten, in den allen. Es gibt eine Lust. Der Gott, die Götter, die Göttinnen sind lustvoll. Und das ist was anderes, als wenn du in irgendeiner Theorie aufwächst, wo es nur einer gibt, und er will nichts. Oder er kriegt sogar Nachkümmern, ohne dass es Sex gab. Also, das ist ja die absurdeste Geschichte von allen. Sorry, jetzt kriege ich so richtig auf den Deckel. Aber ich bin einfach der Meinung, alles, was ein Mensch in seiner Vielfältigkeit und in seiner Freiheit und Kreativität killt, ist falsch. Arne Marleen, vielen Dank für das Gespräch. Und weißt du was, hast du, wenn du noch, wenn du noch, ich mappe die Leute da draußen, wenn du mir das letzte Wort gibst, dann sage ich dir kurz, was ein Stoßdämpfer ist, weil es öfter ist. Die Leute sind ja immer so stolz, ich habe einen ganz langen Penis. Das ist leider für viele Frauen ein Problem, weil es wehtut. Dick ist eher gut als lang, so sagen viele. Und was man macht, man nimmt einfach, man baut sich einen Stoßdämpfer. Und das ist wirklich, hört sich lustig an, aber es funktioniert. Weil wenn du als Mann aufpassen musst, ich dringe nicht, oh, ich darf nicht, und die Leidenschaft, und dann spannt sie an, weil jetzt wird er wild und dann stößt er wieder ganz tief. Das geht nicht. Also, wir bauen einen Stoßdämpfer. Nimmst einfach ein riesen, so ein großes Seidentuch, irgend so ein Halstuch, legst es in Dreieck und rollst es auf, vom dünnen Ende, rollst es auf, dann hast du so ein Band jetzt und das bindest du einfach um die Wurzel deines Penises. Dann kannst du nicht so ganz rein. Und du brauchst selber nicht mehr daran denken. Du kannst wild werden, aber so richtig rein, bis zum Anschlag unten am Schaft kommst du nicht, weil du da deinen Stoßdämpfer aus dem Tuch hast. Deswegen Stoßdämpfer. Da würde ich jetzt sagen, für die Leidenschaft. hoffe ich, dass die Leute jetzt da Videoübertragung sich auch reingezogen haben, um das nochmal nachzubauen. Ja, man kann sich das auch bauen über den Ton allein, glaube ich. Also ein Tuch falten, dass es zum Band wird und um den Penis am Schaft unten eine Wurzel. Das klingt nach einem guten Dann stößt du stößt du gepolstert. Und tust niemandem weh. Und beide haben Spaß. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ciao, ciao. Alright, alright. Und da sind wir wieder. Und nochmals kleiner Reminder. Du hast die Möglichkeit, auch gerne mal bei mir vorbeizuschauen, bei Chanis & Timothy. Das ist mein persönliches Programm in unserer Schule für ein freies, selbstbestimmtes Leben, der Chanis University. Dort lernst du die Sachen, die du in der Schule nicht gelernt hast, aber heute dringender brauchst du ihn je. Und wenn dich dieses Thema genau wie mich so fasziniert und du jetzt auch durch dieses Gespräch ein bisschen warm geworden bist, dann zögere nicht und melde dich bei der Chanis University an und schau auf jeden Fall auch mal bei mir vorbei. Du findest den Link in den Shownotes oder du kannst mich auch direkt besuchen unter Chanislive.com slash University. Ich wiederhole Chanislive.com slash University. So und damit wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend oder wo immer du auch bist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Hau rein. Dein Mischa. Peace. Out.